Und weiter geht's in Orcs Must Die 3 mit Wolfi. Hallo Wolfi. Hallo. Der Wolfi ist mein Compañon, mein Compañero und wir werden zusammen natürlich jetzt hier die Kiste rocken. Ich drück mal auf Vorfahren. Jetzt müsste es bei dir auch weitergegangen sein, oder? Ja, stimmt. So, lass gucken. Was kriegen wir für ein Level? Ich muss euch beide wieder allein lassen, um zu den Archiven zurückkehren. Uns fehlt ein wichtiges Detail. Dein Sinn für Humor? Nein, sie hat wichtig gesagt. Ich bin so froh, dass ihr euch näher kommt. Kämpft tapfer. Wir werden uns am Ende wiedersehen. Okay, hier ist das Tor. Das ist nur ein einziges... Ne, warte mal, das ist nicht nur ein Level. Es gibt noch eins. Wo ist denn das andere Level? Ich bin verwirrt. Ach, hier unten. Hier unten ist das. Ich hab's gefunden. Ne. Hä? Also da ist ein Tor und da kommen Leute. Von unten können sie auch noch kommen. Aber jetzt kommen sie erst mal von... Es gibt drei Tore. Scheibenkleister. Da müssen wir mal gucken, ob wir... Ob wir... Ja, eins oben, eins in der Mitte. Ne. Wo ist das dritte Tor? Wolf, ich bin total verwirrt. Was ist denn ein Tor? Es müsste drei Tore geben. Also eins ist gleich offen. Das ist das hier. Dann müsste es eins... Ah. Tja. Also das ist das weit entfernteste Tor, glaube ich, wo ich jetzt bin. Und dann geht man da. Ich guck gerade hier. Die sind bei dem Tor vorbei. Dann sind da... Komm ein Meer raus. Und die laufen dann da weiter. Da unten ist auch noch eins. Kann man die irgendwie zusammenleiten? Ne, eigentlich nicht, ne? So, die unteren sind schon zusammen. Aber sonst... Die unteren, die laufen hier zusammen. Ja, die kommen dann hier lang. Im Prinzip kann man die unteren gut verteidigen. Würde ich mal behaupten. Also die unteren zwei und das obere müsste man verteidigen. Aber erstmal kommen sie sowieso nur von oben. Das heißt, erstmal kommen wir uns hier oben an der... So. Ich setze mal hier was hin. Und dann mache ich mal hier so hin. Und dann machen wir mal hier noch welche hin. Und dann machen wir mal da noch eine hin. So. Dann mache ich da auch noch eine. So. So. Ich würde sagen, kann los hier hin. Also gut. Legen wir los. Kommt ihr kleinen Rumpel. Ich meine, wenn jetzt was durchkommt, dann machen wir definitiv was falsch. Die Feinde bereiten sich darauf vor, keine unserer Tore aufzubreiten. Sie haben ein Tor aufgefrochen. Was ist denn das da für ein Renner? Oh. Hm, ja. Jäger. Sie töten lieber Kriegsmagier, ehe sie Risse durchschreiten. Naja, okay. Die gehen bevorzugt auf uns. Was für ein Gemätschirn. Was für ein Gemätschirn. Ich brauche eine größere Herausforderung. So, jetzt kommen sie von unten. Das heißt, eigentlich können wir die hier abbauen. Ich baue mal ab. Hast du abgebaut? Ja. So, dann keine Ahnung. Hier müssen wir irgendwie lagen. Aha, hab sie gefunden. Ehrlich gesagt, lass uns doch, warte mal, die vereinen sich doch hier irgendwie hier. Dann lass uns doch hier abfangen. Also, falls ja, ist eigentlich eine gute Idee. So. Eins, zwei, drei, vier. Hoppala. Wieder weg. Wies. Was für ein Ding? Gefrierfalle. Perfekt platziert. Ja, aber wofür sind eigentlich diese Hochhebfallen, also die an der Decke, die man an die Decke hängt? Kannst du mir mal sagen, wofür die da sind? Mh. Wofür? Wofür? Ich glaube ich gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Es gibt nur an gewissen Stellen, also die, die Gegner aufheben, die machen recht wenig. Die geben sie wirklich nur ein paar Zentimeter hoch und dann lassen sie sie aufheben. Los! Wofür ist da der Sinn? Machen die Schaden? Ich glaube schon ein bissel. So. Ich geh da schon mal runter, also ich bin fertig. Machen die Schaden. Machen die Schaden. Vielleicht da einen Bogenschützen hin? Ja, müssen wir mal gucken, dass sie die Bogenschützen nicht über den Haufen rennen, also über den Haufen ballern. Direkt Angst um die armen Bogenschützen. Ja. Ja, das ist eigentlich schon ganz gut, weil hier haben wir dann alle, alle beiden Lanes mit abgegrast. Ja. So. Hast du ausgegeben, das Geld? Ja. Dann drück mal G. G. Eeeh. Los geht's, ich geh den schonmal entgegen. Da kommen weitere Feinde! Na, ihr kleinen Rüpels. Unsere Feinde brechen an anderer Stelle durch. Sind die schonmal dahin? Sie haben ein weiteres. Ja, ich dachte ja, das liegt ja so gut. Ihhh, Elementare! Ich hasse Elementare. Und aufgepasst! Weg mit euch! Und die hasse ich auch. Aber die gehen wenigstens durch die Feuerfallen nicht. Manche fallen nicht. Boah, diese kleinen Bicher lösen die ganzen Hallen aus. Ja, aber durch die Feuer, die Sachen gehen ja weg. Oh, die sind da. Stirb. Wir bräuchten irgendwas, was die hier über den Rand in die grüne Suppe schmeißt. Das wäre natürlich genial. Jetzt wirst du nicht mehr so tat. Total einfach. Lägerlich. Natürlich haben wir gewartet. So, jetzt kommen sie von der Mitte. Das ist aber ganz gut, weil die Fallen haben wir schon aufgestellt. Ja. Ähm, ich guck mal ganz kurz. Ne, was hätten wir denn nach noch? Ja, Bogenschützen ist die Frage. Wo stellt man hier Bogenschützen hin, ohne dass die... So. Ja, Bogenschützen... Ne. Da läuft ja auch noch einer. Wo läuft einer? Da kommen wir ja von unten auch noch. Von unten kommen sie... Ja, das macht ja nix. Die Schlingel. Oder? Ne, von unten ist nicht... Ja, macht nix. Von unten ist nicht schlimm. Ich meine, wir können jetzt hier einfach ein... Auf stur einfach Fallen setzen noch in Löcher. Ja, so. Das sieht zwar nicht effektiv aus, aber... Ich würde sagen... Vielleicht können wir von hier oben runterschießen. Ist er fertig? Ja. Dann geh. Ich muss das mal was übersehen. Ne, kommen wir glaube ich nur von der Seite. Ja. Passt. Ich meine, hier am Rand könnte man Bogenschützen hinstellen, ne? Da kommen weitere Feinde! Ja. So, wo kommen sie da? Biuuuu! Haha! Oh, da kommen sie an die Rand. Ja, da sind kleine Pizza. Die feindliche Armee greift an einer anderen Front an. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Da kommen sie! Nieder mit den... Orxen. Oh! Oh! Bonken! Ich glaube, die machen ja nichts, oder? Ja, los! Sag mal, wie sind die in den Riss gekommen? Was? Sind da welche durchgekommen? Irgendwie sind zwei in den Riss gekommen. So was, wie geht denn das? Ich kann mir nur vorstellen, dass die entweder durch eine Explosion nach oben geschossen wurden. Die sind in die Lava gefallen, das ist auch nicht schlecht. Was ist die Prognose zu machen? Wachen Sie ja mal! Schau mal. Ja, nur von unten. Das wird klappen. Da kommen weitere Feinde! Ne, ich glaub die kommen von oben. Von oben? Im Moment kommen sie noch gar nicht. Kann das sein? Doch da kommen sie. Ah, sie kommen! Aber nicht von oben, oder? Doch, ich kämpf grad gegen sie. Okay, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Stopp, stopp, stopp! Shit, da haben wir gar keine Fallen, kann das sein? Au! Was ist denn jetzt los? Oh, Wolfi, das wird nicht... Das geht nicht gut! Aua, aua! Wo kommen die denn alle her, sag mal, Wolfi? Das war eine Überraschung! Halt sie auf, versteiner sie! Versteiner sie! Leg fallen! Ne, Fallen! Ist was durchgekommen? Ich weiß es nicht. Ich leg auch noch ein paar Fallen. Wo sind sie? Wie aus dem Leerbuch! Was ist denn jetzt? Ach so, das ist Bogenschüsse. Sag mal, wo sind die denn hergekommen? Jetzt kommen sie von unten. Na ja, gut. Dass sie jetzt hier ankommen, ist eigentlich kein Problem. Da ist ja nur ein kleiner Kraft. Ja. Wenn sie nur von oben kommen. Das ist... Oben war schon eine Überraschung. Nächste Welle in... Kommen sie jetzt auch von oben? Ne, diesmal nicht, oder? Ich lauf lieber rauf. Unten ist nicht zur Stimme oben. Doch, sie kommen auch wieder von oben. Sie kommen auch wieder von oben. Fallen setzen, Wolfi. Fallen setzen oben. Da kommen weitere Feinde! Es gibt keinen Wetter, Klasse. Und das war's. Und... Piu! Wie konnten wir das übersehen? Nein, ist das nicht. Ich brauch' ne größere Herausforderung. So, sterb! Das ist schon blöder. Mal. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Versteiner Sie Wolfi! Ui, ui, ui. Na ja, geht mal auf die Bogenschütze, ist okay. Nein! Ah ja. 13 noch, alles klar. Jetzt kommen sie von unten, oder? Oh je, oh je. Das unten ist schon ziemlich gut. Also wir machen dir fast nichts mehr. Ja. Kommt oben noch was? Ich sehe gerade nichts. Nein, nein. So, jetzt müssen wir uns erstmal erholen. So, von wo kommen sie? Jetzt kommen sie von allen drei Seiten. Ich würde sagen, unten ist gut abgesichert, oder? Ja. Dann lass uns oben noch absichern. So. Das wird sie überraschen. Na ja, so viel Fallen haben wir nicht, ne? Bogenschützen abbauen und dann... Ich liebe Fallen. Ach, da ist es ja hingebaut, okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, von wo sie kommen. Wahrscheinlich von allen Seiten. Die meisten werden... Also von oben ist es wahrscheinlich am schlimmsten. Ja. Ja, da kommen sie auch gleich. Die Knallköpfe. Sind sie unten schon da? Ne, unten kommt noch nichts. Ach, das ist so ein Blöder-Troll. Stirb. So, jetzt kommen sie unten gerade an. Was jetzt noch nicht so schlimm ist. Oh, ich bin wirklich gut damit. So, noch ist unten. Ich gehe mal unten gucken, ja? Ja. Uh, jawohl. Ziemlich gut überlebt. Sag, wie es oben aussieht. Gar nichts. Also, dann haben wir Ruhe. Dann kannst du mal unten helfen. Oder in der Mitte. Ja, halt in der Mitte an der Kreuzung. Aha. Die Pogenschiffe haben ihn erledigt. Kommt oben noch was? Ich sehe im Moment noch nichts. Sieht sauber aus. Vielleicht sollte ich das öfter machen wie du und die Waffe wechseln. Oben ist sauber. Nächste Welle in... Naja, okay. Jetzt lassen wir oben noch ein paar setzen. Waren wir hier hin? Ja. Ach so, warte mal. Eins, zwei, drei. Da kommen weitere Feinde! Eins, drei. Ich brauche nicht Spaß. Ich gucke dir da an. So. Unten kommt jetzt auch wieder ein Trüppchen. Super. Mega, fett anzuhören. Wahnsinn. Okay. Geh mal unten gucken, Rolfi. Ja. Ich friere da alle in. Wo hin des Weges, hm? Wie läuft's bei dir? Ja. Dabei kommt keiner mehr. Okay. Da oben haben wir's wieder geschafft. So sieht's gut aus. Naja, und hier würde ich mal sagen, ist die Sache auch gegessen. So, wo ist wieder einer durchgekommen? Einer, ich bin da keine Ahnung, wie die das immer schaffen. Wo ist das? Hier ist noch einer. Los geht's! Nächste Welle in... Pjoa, ich rate mal. Okay. Ähm... Perfekt platziert. Letzte Welle. Ich liebe Feinde. Erst mal oben gucken, oder? Ja. Ja, gleich der Dicke. Warum auch nicht? Weg und weg und weg. Okay, ich geh mal unten gucken. Oder vielleicht geh ich mal nicht unten gucken. Vielleicht sollten wir mal hier bleiben. Ich setz mal noch ein paar Bogenschützen. Wir haben die Hälfte unserer Risspunkte verloren. Wo sind denn jetzt welche reingekommen? Ach, die da. Alles klar. Total gut aus, Wolby. Ja. Ich hab vollstes Vertrauen in dich. Komm noch, Mana. Genau. Fallt in die Suppe. Man bräuchte so kleine Katapultfallen. In die Suppe schmeißen. Und ich würde sagen... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Disco-Holby. ...verdient. Juhu. So, jetzt bin ich aber auch... ...einer von diesen... ...geilen Fallen, die du da gekriegt hast. Warum bleibt denn nur zwei Schädel? Acht. Oh. Sonst müssen wir das wiederholen. Das Level. Flammenarmschienen. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, sonst unten... Da kann man ja jederzeit kaufen, diese Sachen. Kann man kaufen? Ja, für Schädel, nur kann man sie nicht mehr zurückgeben. Bodenbrenner. Ach, jetzt segnet er erst. Ja, ich hab Plefelboden und das macht ziemlich gut Schaden. Ich hab das in Ursacht Arcan-Schaden noch dazu. Killer-Bienenbaum. Ja, das kau ich nicht. Soll ich den mal kaufen? Hallo Schweinchen. Wir sind mitten in ner Aufnahme von Wutzebubbes. Okay, tschüss. Kleiner Wutzebubbes. So, das war auch ein Ork. Eigentlich war es ein Troll, ich weiß es nicht, was es war. Äh, nein, das war natürlich die Karo. Was nehmen wir denn? Ah, ich nehm mal hier, ich nehm mal einen Pfeilspocker. Ach, so viele Sachen. Wollt ihr was solchen nehmen? Ja, keine Ahnung, äh... Ah, ich weiß was. Das... Kaufen. So, Schleuderfalle und... Ritter. Ring der Stürme. So viele geile Säuregeysir. Ah, wenn ich doch bloß wüsste was. Was hastest du Schwefel, ne? Ja. Das macht eben die kleinen, schnell laufenden Dinger gleich weg. Ich guck gerade, was ich hier noch kaufen kann. Leerer Riss, was ist das denn? Hier. Komm, Klingenschlaf, hol ich mir auch mal. So, kann losgehen, Wolfi. Ich sag mal fortfahren. Jawohl, Leute. Hohe Reichweite, Feuerangriffen mit Sekundärer... Aha. Flammenarmschienen. Ich hab keine Ahnung. Hier. Sieht nach einem weiteren Armeeproblem aus. Und diesmal ist keine Zauberin da, die uns Ratschläge gibt. Ist das ein Kriegsgebiet, Wolfi? Ja, natürlich ist das ein Kriegsgebiet. Scheibengleister. Wir haben die Kriegsmaschinenzauber und wir sind ein tolles Team. Oh. Wer hätte das gedacht? Aber ja, das sind wir wirklich. Ich guck grad, wo wir hier... Wo müssen wir denn hin, Wolfi? Wo kommen die denn her? Also die gute Nachricht ist, sie kommen alle von einer Stelle, oder? Ja. Und es gibt nur ein Tor, siehst du das? Es gibt nur ein einziges Tor hier. Oder? Sehe ich das richtig? Wie gehen die dann? Komm mal raus hier. Ich weiß, wie wir es machen. Nur den Weg? Ich glaube, es gibt wirklich nur dieses Tor. Ja. Wobei, hier ist noch ein Tor. Wo kommt denn das her? Ah ne, das geht hier zu dem Riss runter. Ja, 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 ja. Oh, da ist noch ne Tür. Da ist noch ne Tür. Oh. Und ich seh noch ne dritte. Oh, Wolfi. Wo kommen die denn an? Die kommen alle... Die kommen hier, dann kommen sie da. Wo ist denn jetzt der Riss? Pest die Waldfee, Wolfi. Wo ist der Riss? Hier ist der Riss. Okay. Hab den Riss hier gefunden. Oh, und da ist der nächste. Sag mal, wie viele hat es denn hier? Wolfi, es hat gar nicht, gar nicht viele. Also gar nicht wenig. Scheiße, Wolfi. Was machen wir denn? Die weiße Fahne, wenn wir hießen. Ja, ich fürchte auch. So, pass auf, die erste Welle kommt ja von vorne. Pass auf, wir gehen mal, komm mal mit. Komm mal wieder mit zum Hauptausgang. Bogenschützen weggeben und dafür diese komische Schneekanone. So. Bist du hier beim Haupteingang? Nein, ich bin jetzt irgendwo anders. Ich hab mich verlaufen. Komm mal hier dahin, wo ich bin. Also zu den zwei offenen Rissen. Ich hab nämlich eine Idee. Pass auf. Shift-2. Pass auf. Ich hab die immer vor dem Tor aufgehalten. Und zwar mach ich das so. Pass auf. Wir setzen hier ein Katapult hin. Der schießt direkt vor das Tor. Ja? Ja. Vor dem Tor an sich, da können wir... Da können wir mal sowas hinstellen. So eine Eisfalle. Ja. Um sie möglichst zu verlangsamen. Und ähm... Was haben wir denn noch? Jetzt können wir noch ein paar Bogenschützen setzen. Sind wir die draußen? Ich guck mal, ob wir die... Warte mal. Ach bitte. Position sehe ich jetzt keine. Ja. Da oben rauf, wo wir hergekommen sind. Ich weiß nur nicht, wie wir da hinkommen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich da einen Zugang finde. Aber wo geht denn das hier hin? Ja, ja. Das ist gut. Pass auf, Wolfi. Dann setze ich hier oben mal noch ein paar Bogenschützen hin. So. Jetzt könntest du hier eigentlich auch noch welche hinsetzen, wenn du magst. Also hier oben, wo ich bin. Wie kommen wir denn da hin? Hier. Kommen wir nochmal zu dem Tor. Ja. Ist das ein Portal oder wo? Hier, komm her. Komm her, komm her, komm her. Hier rein in das Portal da. Ah, okay. Da kannst du sie da oben... Ah, jawoll. Da kannst du sie da oben hinflanschen. Da kann ihnen nix passieren. Warum nicht hier? Amen. Es ist uns eine Ehre. Ja, ja. Sehr gut, dass uns das eine Ehre ist. So. Ähm. Wird's von dir? Bitte? Mach ich gleich das zwei da stehen. Joa, mach ruhig. Der perfekte Platz. Eiskanone hin und da noch ne Eiskanone. Jetzt hin weiter. So. Ich glaub wir sind fertig, oder? Enden noch was setzen. Ja, dann setzt noch was. Als wenn die durchgekommen sind, dass da noch was ist. Ich behaupte, hier kommen sie beim ersten Mal nicht durch. Weil ich werde... Das Schöne ist, die werden dann so schön auferhalten. Aber na gut, das werden wir dann sehen. Warte mal, ich mach die mal noch weg hier. Und setz mal lieber Verlangsamungsfallen dahin. Das wird klapp. Das Feuerding kaputt? Nee, die. Hoppala. Warte mal, eine Sache kann ich natürlich noch machen. Den Klingenstab hier hinsetzen. Mal kurz gucken, wie funktioniert denn der... Ist das gut? Keine Ahnung, ob der Klingenstab da ist. So, ich bin fertig. Und du? Ja, okay. Ich bin soweit. Kann losgehen. Jaaa! Jaaa! So, schießen die Bogenschützen. Die müssten jetzt eigentlich gleich anfangen zu ballern. Pam! Pam! Wuhuuu! Und... Feuer! Ich verteidige das Tor mit der Kanone. Das heißt, ich schieße da einfach wie ein Beklopter immer auf die. Ich musste ja um das Tor keine Sorgen machen. Wie gesagt, da dürfte eigentlich nichts ankommen. Also, beziehungsweise kommt was an, aber... Kannst die ja immer schön verlangsamen. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eine ist unsere Tora zu rechnen. Ja, noch ein bisschen. Puh! Puh! Sind ja gar nicht viele. Oh, oh, da sind welche... Da... Am Tor... Genau, verlangsam. Super machst du das. Ich bin gestorben. Nein! Wie hast du das hier gemacht? Vorsicht! Unsere Feinde greifen an! Nein, tun sie nicht. Oh Gott. Wolfie beeil dich. Warum schießen eigentlich die Bogenschützen? Nicht nur mal so für... Die schießen, glaube ich, oder? Ja, was schießen. Feuer! Ist doch der Winkel ungünstig. War das ungünstig? Ah, wo? Sag mal, wie viel kommt denn hier? Die feindlichen Streitkräfte greifen an! Lenk ihn ab, Wolfie! Herr im gütigen Himmel! Komm! Aber das ist für den... Kampf! War es das? Da ist noch... Einer... Unsere Feinde greifen an! Ich war noch nie so glücklich! Puh! So, wie viel hat das Tor noch? Na, die Hälfte. So, von wo kommen sie jetzt? Jetzt... Sie kommt nochmal von vorne. Das heißt, jetzt können wir hier... Ähm... Jetzt... Ja... Ich überlege gerade, ob du auch so ein Ding aufstellst. Was ist denn für ein Ding? Naja, hier so ne... So ne... So ne... So ein Katapult. Na, ich bleib lieber so im... Im... Nahkampf und... Okay. Sonst könnte ich ja schauen, dass ich so ein Ding auf... Okay, warte mal, den nehmen wir da mal... Ich nehm... Warte mal... Ich... So ein Ding aufbauen, da. Wofür ist denn das... Wofür soll das... Wofür soll das jetzt gut sein? Also was macht das? Das Ding ist genial. Ja, da kann man Dinge rauf... Basteln. Achso. Die Frage, wann bastelt man... Da kann man natürlich jetzt Bogenschützen draufstellen. Ja, die sind vielleicht dann da besser. Oh, jetzt lernen wir, wie man das gute Zeug erschafft. So, jetzt haben wir da oben Bogenschützen drauf. Was ist denn das für Dinger? Einzelne. Okay.